Der Ausgleich für den MSV Duisburg und da konnte Tom Starke überhaupt nichts machen. Ausgleich in der 69. Minute. Es war die Nummer 23, Fabian Schnellhardt. Der hat sich ein bisschen versteckt da im Pult. Offensiver Mittelfeldspieler. Hier wunderbar gemacht. Er ist ein Linksfuß und das hat man auch gesehen. Leichter Effet angeschnitten, nichts zu machen vom Torhüter der Münchner von Tom Starke. Richtig gute Nummer.